So, und weiter geht's. Ich hoffe, das hat mal zu... Wow, nein, 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 nein. Scheiße! Ich hab mich auch erwischt. Nein! Ich denke mal, der Aufnahmestopp, weiterklickert hat mich gemerkt. Ich hoffe, nur nicht so sehr. Gott, einmal haben sie mich erwischt, aber sonst haben sie mich immer dreimal oder so erwischt. Naja, gut. Geht's weiter. Hier ist noch eine Minute, die verbleibt. Und sie ist eben auch gleich. Cool! Cool, ich hab den Sieg geschafft! Cool! Ja! Schämchen! Cool! Oh, das gibt Trich Kneder? Das ist geil! Und... Blue Neon! Ja, das hört sich gut an! So, was haben wir jetzt? Und wir fahren jetzt noch ein... Rund-Course, hä? Was meint ihr? Rund-Course? Das hört doch auch mal was. Ohh, das hinten! Äh... Den... Ja! Und, Multiplayer! Und, Teil nehmen! oh Gott die alle hochläufig ich muss mich echt mal löffeln hier du wieso ausdenken ich bin voll dupiert und komm spielt so löffel wie ich hab naja was soll's bereit klar leg los drückt die pedale durch was hat der irgendwie x1 oder was diese kiste das ist doch ein straßenauto aber damit klar kommt so gut so kurven gegen gelände so und auch so nicht bevor wenn du auf die rücksicht durch die spielte löffel dass die schluss ab dort ihr und ich die tun gar nicht die sie kaufen das durch kaum die 2 einsetzen oh nein wie ist nur vor den gesetz aufgeblockt man jetzt alles so schön weihnachtlich dekoriert das gefällt mir richtig weihnachtszeit ist die schönste zeit und freut euch auch schon auf weihnachten oder wünsche euch so schön ist könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben ist immer interessant zu wissen was ihr euch so wünscht ich kann auch gern mal was rein schreiben wenn ich so wünsche ich kann euch jetzt sagen im video oder so werde ich aufnehmen alles kein problem ubeleits fertig bis die drohe das abhängen andere ist weg die ich nicht mehr naja gut gewesen zwei dort sind auch gut wenn du mir droht mich schon wieder auf sich gerade da denn nicht zu mir schnappen muss auch nicht vorn und spielst du es jetzt doch für die stelle so rief weil ich meine absicht man hier ist richtig schön weihnachtlich geschmückt war dann mache ich an allen geben sie immer so wie es irgendwie auf weihnachten zu geht oder ja da wird es immer richtig schön ausdekorierte spiel ist genial finde ich das gefällt euch bestimmt auch oder schreibt einfach mal in die kommentare würde mich mal freuen und das interessieren wie ihr das findet immer mal was interessantes finde ich auch kommt über mit euch drauf noch mal die drohe eingebaut so gut und stelle gibt es hoch das ist gut verkehrsmagnet ist auch gut aber doch gerne und verlassen bitte danke knapp der hälfte brauche ich noch bis 14 geht aufwärts gut ich will gerade noch ob ich in extra video ich zeige hier wie ich die punkte die diamanten sammeln aber das ist ein bisschen langweilig für euch sorry ja ich bin noch nicht ganz gesund ihr hört es ja daher entschuldige ich mich immer wenn ich mal ein bisschen huste ich hätte auch noch ein bisschen warten können mit des displays wieder aufnehmen aber ich wollte es wieder mal anfangen des displays das nicht so lange wird die pausen dazwischen daher habe ich jetzt ja ein paar woche aber naja ich hoffe zu sehr wenig die arme macht das ist bis abgestimmt wird was wir machen ok was ich auch nicht weißt du was wir fahren die drei minuten noch mit so rum und das hier ein bisschen aber wir sind die gegner anschauen wie es die geschmückt ist weihnachtlich da sind dann baum da ist einer aber genial die müssen auch schnee liegen hier im spiel das war perfekt da wird das richtig weihnachtlich sein hier aber ich will richtig Lob an die programmierer das hier immer so schön zum weihnachten das spiel dekorieren mit weihnachtsschmuck das ist so schön da macht richtig viel her für spiel und die atmosphäre die adventszeit und weihnachtsschmuck das ist einfach genial so muss es sein so bei sorry naja gut naja mir fällt auch radix weiter ein sag ich mal beende ich das jetzt gleich mal an dieser stelle auch wenn ich noch zwei minuten zeit habe für die aufnahme aber ich beende diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play nie für speed world wieder in einer woche also nach terminplaner also bis dahin noch eine schöne zeit und eine schöne adventszeit natürlich auch und bis die tage euer lp gamer steffen Tschüüü!